Und weiter geht's hier bei Let's Play The Walking Dead. Ihr habt ja in der letzten Woche vielleicht die Folge gesehen, haben wir mittendrin aufgehört und jetzt geht's auch mittendrin weiter, Folge 15. Oh meid, honey. You're gonna be alright. Lee brought a doctor. Alright, let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. Hmm. Vertrauen drücken wir jetzt mal. Ich zeig jetzt. Aber echt, wo ist die? Schauen wir mal. Aber echt. Wer ist sie? Ich zeig mal. Schauen wir mal in der Kasten ein. Vielleicht hat sie sicher da drin... Clementine? Oder auch nicht. Du müsst natürlich alle Schränke durchschauen. Clem, ihr in hier? Da hat sie was gezeichnet. Frage ist, was? Clems' Dramatien. Aber wo ist sie? Tja. Ah, würde ich das wissen, dann würde ich sie nicht suchen, Junge. Lee, also echt... Clementine, you're here? Clem? Hello? Hello. What are you doing? Oh, you know. Just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. Uh-huh. Where's Clementine? Don't ask me, I'm not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why don't you go bug them? I don't care about that. I just want to find Clementine. Yeah, okay. Clementine, are you up there? Shit, where could she be? Tja. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Schauen wir doch, wenn es da auch noch. Wenn wir schon hier sind. Don't see her out there. Clem? Clementine? Da geht's runter. Noch eine Schlafzimmertür. Schauen wir da auch noch durch. Ich bin ein Schluch. Everything okay in there? We're fine. Just leave us alone. And let the doctor work. Ach so. Genau. Clementine, come out, please. Okay, das ist langsam rechts. Kenny? Clementine! Where are you? Oh, hey, you made it back. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Where'd you get the bottle? Found it. First good thing that's happened since... Hey, take it easy. I think you've had enough. To hell with you. Getting wasted's not gonna help anyone. Yeah? Well, what is? We are fucked. Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink. Yeah, recht hat er schon. Ah, but who is Clementine? Let me tell you. Oh my god. Have either of you seen Clementine? What? What? Damn the final. Gotta be around here somewhere. Ben, I gave you one job when I left here. Take care of Clementine. Then she shows up out on River Street looking for me. Hey, what the hell happened? Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse and Krista asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best I can here. She was frantic and things got kinda crazy. I told Clementine to stay put. What else could I do? Don't be sorry. Just tell me where the hell she is now. I think she went out to play in the backyard. On her own? With no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. She better be yours. It's your ass. Clementine! Clementine! Doors covered in pods. Doesn't... I don't think anyone came in through there. auch die Musik begeistert mich jetzt nicht wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie ich bekomme langsam ein schlechtes Gefühl echt jetzt ich lasse da ah Wo ist die Klee? Hoppala! Was ist ein Waffenschrank oder was? Ich seh's nicht, ich seh's nicht! Jetzt zeig endlich her! Ein Boot! Wie geil! Ein Boot! Wer hat mein Boot gefunden? Holy shit! Swear! Oh ja, hab mein Boot gefunden! Da ist ihm direkt die Whiskyflasche runtergefallen. Tja, hatte vielleicht doch noch ein wenig Hoffnung bekommen in der Gute. 20 Minuten haben wir hier noch. In dieser Folge. Nicht dass wir hier schon am Ende sind. Das wär auch blöd. Oh Mead's doing okay? Warum bist du noch hier? Hey, wenn deine Freundin wirklich kann das Boot arbeiten können, du hast mich mit dir als Payment, um zu retten zu retten. Ich denke, das ist fair genug, nicht wahr? Will? Will? Will du die Good News oder die Bad News? Ich verstehe. 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 Wie geht es? Wie geht es auf dem Crawford? Es ist so, dass sie alles haben, was wir brauchen. Vielleicht sollten wir da versuchen. Jetzt, warte mal. Ich verstehe. Wir müssen versuchen. Wenn es Menschen in dieser Stadt gibt, die noch leben, die noch haben, die noch haben, was es tun kann? Ich glaube. Sie wissen nicht diese Leute. Ich verstehe. Siehst du mit einem Arzt mit einem Arzt? Vielleicht können Sie eine Neuze auf den Kopf nehmen. Sie haben nicht genau die Kinder mit offen. Ich verstehe. Ich verstehe. Und wie genau wir so machen? Wir machen das? Denn von dem ich gehört habe, das Ort nicht so ähnlich künstlerisch. Es muss ein wenigstens sein, dass wir da nicht entdeckten können. Es könnte eigentlich ein Weg sein. Ich weiß das Wasser-System, das hinter der Crawford wie die Hände. Sie alle nicht haben eine Art Schrift. Tja, das ist doch nicht! Ich verstehe, dass wir einen fest. Ich glaube, dass wir uns durch den Perimeter bis dahin müssen, und direkt im Zentrum, wo sie ihre Farben ziehen. Wir kommen direkt hinter dem, gobernieren uns, mit sich herauszufinden, gehwarten was wir, und gehen raus, bevor sie so wissen, was sie feln. Das ist tatsächlich nicht die schlimmste Idee, die ich schon gehört habe. Ich meine, es ist breit. Aber ich weiß nicht. Vielleicht kann es das funktionieren. Ich habe es gedacht, Ich habe es gedacht, ich habe es noch nie gedacht, aber ich glaube, dass wir alle zusammenarbeiten können, wir können es wegziehen. Und was willst du in der Rückkehr für all diese Hilfe, die du uns hast? Crawford nicht nur hat was du für dein Boot braucht, sie sind auch sehr gut mit Medikamenten. Medizin, die meine Leute nutzen können, wie du sie können. Wir können das tun! Wir müssen! Also, dann ist es entschieden, dass wir in Crawford gehen? Wer noch ein Problem hat mit diesem Plan? Weil wir alle von uns brauchen, um das zu entfernen. Mann, ich weiß nicht. Ich weiß nicht über dich, Kind, aber ich würde lieber eine Chance machen, als einfach zu sitzen und warten, um zu sterben. Das Boot hier ist eine Anwesprachung. Wir müssen nur ein bisschen weiter pushen. Bist du in, oder aus? Wir müssen heute Abend gehen, unter Schmuck. Ich werde meine Leute wissen. Ich gebe euch alle eine Chance, um zu vorbereiten. Ich werde zurück in der Mitte. Ich werde zurück in der Mitte. Bist du in der Mitte. Das ist so, dass ich noch immer wunderschön bin. Ich habe gesagt, dass du in der Mitte bleiben musst. Wie lange bist du da? Ist es gefährlich? Was wird es gefährlich sein? Was wird es gefährlich sein? Crawford. Ja, sicher wird es gefährlich. Ich kann nicht sagen, Cliff. Ja, es wird gefährlich sein. Aber es ist die einzige Weg, um die Dinge, die wir brauchen, um besser zu machen. Und um das Boot zu arbeiten. Das ist deshalb, dass wir das tun müssen. Verstehst du? Ja. 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 Du sagst, dass du uns alle brauchen, um das zu machen. Und du sagst, dass ich eine große Hilfe bin. Schmerzt du? Ja. Molly sagt, Crawford ist das einzige Ort, in Savannah, die immer noch hat Menschen. Das bedeutet, dass es dort wo meine Mutter und Vater sind. Genau? Ja. Ich glaube, ich werde sie finden in Crawford, Sweet Pea. Warum nicht? Ja. Denn sie sind gute Leute. In Crawford ist es ein schlechtes Ort, runnend von schlechten Leuten. Ich glaube, dass sie in einem Ort bleiben würden. Wie wissen Sie, dass sie gut sind, wenn Sie sie nie kennenzulernen? Na, sie haben dich gegründet, nicht wahr? Kann ich nicht mit dir kommen? Das ist schwierig. Ich glaube, dass die beste Entscheidung war, aber... Ja, sicher ist sicher, aber... Wir haben ein kleines mit, den wir vielleicht nicht verstecken können, oder so. Oder keine Ahnung. Check out what I found in the garage. Hatchet, Hacksaw, some other tools. Might come in handy on this little break-in. Cool. Nice. Can I talk to you a minute? Sicher. What's up? I took another look at the boat. She's a 30-footer. So? So, we're gonna have a capacity problem. A boat that size ain't gonna hold more than five people. Even with one of them a kid. May are you, Clem, Krista, Omi, Ben, Molly? Assuming everyone makes it back alive, that's still one too many. Even if we cut Molly loose. Before this is over, we're gonna have to make a decision. You're not serious. Look, I'm just saying. If we want the best chance of... Ah, decision. Who the hell is this? This is Bree. She can help us. Good. We're gonna need all the help we can get. I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. Then what are we waiting for? Let's get moving. A woman, that's good. I like a woman. I like a woman. Hold up just a sec. You ready? Ready. Whoa, hold on a minute. You're not taking her with us. Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is? If you take her in there and they find her... This little girl's not just excess baggage. She's gotten us out of a tight spot more than once. She's coming. Deal with it. You heard the man. Let's move out. Yeah. Good now. Yuhu, I'm bad. Good now, Bill Jim. Ah, yeah. This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Okay, people. This is it. Remember the plan. We stay quiet. We stay hidden. And we stay together. We find what we need. And we get the hell out before anyone even knows we're there. Got it? Okay. And that part about staying close. That goes double for you. Let come. Can't get a good look above with the cover on. Okay. Okay. Vorsichtig. Let's go. There's nothing going on. Where is everybody? There should be guards patrolling. What? Are you disappointed? It's just strange is all. I think I see one. Over there by the door. Ah. Okay. Me and Kenny will sneak up, try to take him out quiet. The rest of you wait for our signal, then follow us over. Everybody got it? Okay, Kenny. Let's do this quiet. No shooting unless there's no other choice. Right behind you. That's okay. No shooting. What the fuck? Right behind you. Bewege die nach Wache. Die Incroff sind schon alle draufgegangen. Okay, so geht's. Fuck, fuck! Do you think they saw us? Your guess is as good as mine. What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always wins. Oh, man, we are so screwed. No, this is good. What? How the fuck is this good? Before, everyone at Crawford was smart and they had guns. Now they're dumb, they don't. Hey, trying to look on the bright side here. Okay. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Aber echt jetzt. Come on. I think I know which way to head. I got a bad feeling about this. Just keep moving. There are someone dead. There is someone dead. There is someone that lives here. There is someone dead. There is someone dead. gebrochen 8 Minuten haben wir noch 8, 9 Minuten so es ist alles zu einfach ja, da stimme ich dazu und warum ist hier keiner ok, so now what, where do we start looking was ist eine gute Frage here just give me a sec was ist da where can we find some fuel for the boat there's a maintenance shed across from the playground here if they were storing fuel that's probably where it'll be ok where would be the best place to look for medicine right here nurse's station they were using it as a medical facility aha, ok how do you know that just makes sense, doesn't it so then we just need a battery this auto shop it's right next door yep, it's called Hermann's you can't miss it ok, ok i'll make the run to the maintenance shed for the fuel it'll be faster if i go with you i can take you right to it i'll come too no, two people's enough you stay here see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open ok not need to shoot our way out of here i'll go for the medicine i'll come with you i know what to take ok guess that leaves me to go find us a battery i'll go with you watch your back ok, we've got a plan everyone be careful stay close to one another we'll all meet back here good luck second what about me what can i do i need you to stay here with ben and watch over our command center i'm putting you in charge of it ok you're leaving me with ben i'm not leaving you with ben i'm leaving him with you understand ok back before you know it back before you know it ok come back here more too ok 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 kind ok 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 Ja, ich komm ja schon, die macht den Stress. Das war nicht gut. Hallo? Danke, aber ich denke, dass wir fast sind. Okay. Wir beachten es, Lee. Keine Angst. Gut, dann machen wir unsere Aufgaben, wie gesagt. Was ist das? 4 Minuten haben wir noch. Das habe ich mir 8 Jahre gemacht. Ich glaube, ich gehe nicht da. Autoshot muss hierher sein. Junge, ich habe dich gesehen. Wo ist der hin? Hier ist Zaun. Ich verstehe ich nicht. Das spitzt sich hier ganz schön zu. Okay, jetzt. Das ist fast ein bisschen zu schwer, der Gute Lee. So, und wenn das jetzt keiner erschießt. Aha. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ich habe dich auch nicht gefeuert. Ich wollte nur gucken, was da ist. Ich habe mich eben. Ja. Leih ihn! Der ist mir. Wo bist du denn? Molly? Molly! Was? Ich denke, du hast es. Einmal! Einmal mehr! Er ist mit einer Medikation. Ein Kind von Wissenschaftler oder Doktor vielleicht? Ja, naja... Er ist kein Scheiße! Hast du uns einen Weg in? Ja, aber die Garten drüben ist entgegen. Du kannst ihn nicht erheben. Das ist ein Problem. Mal sehen, was ich gefunden habe. Oh, ja. Das funktioniert. Das war's. Das war's. Haha! Aber... Ihr werdet das erst nächste Woche sehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann!